Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hatte ich das erwähnt, dass das bei Akuro Tzune Aku auch gleichzeitig das japanische Wort des finsternes Typs ist? Also des bösen Typs, wie der im Original eigentlich heißt? Welche Zufälle. Na? Die hätten wir noch nicht draußen, als ich das letzte Mal im Spielstand war, um, ihr wisst schon, hier Dings zu holen. Die Blitzkatze. Der natürliche Feind des Pikachu. Heute waren die Nintendo Direct-Ruents. Der Direct-Muni. Also Mini mit Müh. Eine Muni. Und... Wow, war die überflüssig. Ich meine ja, alle Leute, die Shinbagami Tensei kennen und mögen, die werden sich wahrscheinlich ein Loch gefreut haben, aber... Keine Ahnung von dem Kram, also... Kann ich damit überhaupt nichts anfangen im Moment. Egal. Ich meine, du machst doch keine Direct-Mini, um... DSC und drei Spiele vorzustellen. Ich meine, es wurde ein DSC in drei Teilen angekündigt. Ein Spiel, das schon bekannt war. Ein Remake. Oder noch ein Spiel. Das Ganze in acht Minuten, also hat sich richtig gelohnt, darauf zu warten. Geht mal alle aus dem Weg, Leute, hier. Ich muss zum Turm. Hoffentlich wird das einfacher, aber... Spoiler, der Teddy ist hier ein bisschen stärker als auf einem anderen Account. Deswegen... Weil hier... Habe ich so tolle Sachen... Wie Erfahrungsbonbons. Deswegen... Habe ich den kleinen Hoden schon mal hoch... ...bringen können. Überall diese Dick da, die ich noch nicht einsammeln darf. Ja, natürlich Regen, verpiss dich, ey. Zum Glück ist bald wieder anders hier das Wetter. Ne? Bist du bereit, dich von mir in die Box ablegen zu lassen, damit ich diesen dummen Teddy trainieren kann? Dachte ich mir. Der Regen ist irgendwie lustig. Im Sinne von extrem nervig. Aber egal. Das, was wir hier vorhin als Regen hatten, während ich versucht habe, ein Reaction-Video für die müde Rack aufzunehmen. Das war schon interessant. Wir sind hier im Orangen-Messestudio, das nur deswegen orange ist, weil ich den Weißabgleich extrem hochdrehen musste, damit er so einigermaßen dem entspricht, was ich hier gerade als meine Hautfarbe wahrnehme. Ja, das setzt sich zusammen aus roter Jalousie und gelber Beleuchtung. Also, weil hier irgendwo mal eine kleine Lotuslampe. Deswegen nicht wundern, die Farbe muss so. So sieht es hier gerade wirklich drin aus. Ich würde auch die Jalousie hochmachen. Das Problem ist nur, dass draußen gerade so ein Hagelsturm ist, so ein kleiner. Und der macht das Wetter draußen extrem hell, weil Sonne und Eis und im Prinzip, wenn man aus dem Fenster guckt, ist alles weiß und windig. Und der macht das Wetter draußen extrem hell. Weil ich kein Video rausbringe, wo ich eine Viertelstunde lang blablabla mache, nur um dann acht Minuten lang zu gucken, dass das... Nö, nö. Guck mal, Lugion hat voll die coolen Schweif. Oder neun davon. Gut, also, Pokémon! Ja, whatever. Box 27. Tut mir leid, Kleini, muss ich mal kurz für den Hoden da ablegen. Mimikule, selbe Entschuldigung. Fiaro baut noch einen Namen. Und auch sowieso, du Arct. Ich habe nur gerade keine Lust gehabt, auf Stinks zu fliehen, aufs Festland, weil... Aber ich habe in dem Spielstand sowieso noch nicht viel gemacht. Ich habe jetzt im Prinzip nur mal kurz die Story vorangerollt, damit ich mit ihm hier in den Turm gehen kann. Wie ihr vielleicht seht, Level 100 ist heute eigentlich... Das Einzige, was ich noch machen will vorher, ist die Attacken. Sortieren. Ohne Rücksicht auf Verluste im Nahkampf. Genau, danke, danke, danke. Also, Gungu und Gatling Gun haben wir schon drin. An erster Stelle, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Das wird bestimmt total anders, der Turm. Hallo, Lugion. Der Meister hat mir schon Bescheid gegeben. Dies ist der Turm des Unlichts. Dies ist der Turm des Bösen. An diesem Ort kann Takuma die geheimen Künste des Bösen erlernen. Hat Takuma mindestens Level 70 erreicht, sollte es das Training problemlos abschließen können. Wenn du den Turm betrittst, kannst du ihn erst wieder verlassen, sobald du die fünf Trainer bezwungen hast, die darin auf dich warten. Oder nachdem du selbst besiegt wurdest. Zudem bleibt dir durch das Betreten eines Turmes der Zugang zum anderen auf ewig verwehrt. Also, willst du den Turm des Unlichts betreten, um die Künste des Unlichts zu erlernen und den des Wassers zu entsagen? Zeig mir die Künste des Bösen. Im Japanischen muss das irgendwie gerade voll krass rüberkommen. Wobei ich noch nicht so verstehe. Wasser. Böse. Deine Entscheidung fällt also wirklich auf den Turm des Bösen. Bin ich überhaupt richtig ausgerichtet mit dem Mikrofon? Ja. Jawohl, ja. Du wirkst sehr entschlossen. Dann mal viel Erfolg. Zwing mich nicht, dich zu töten. Okay. War bei dem anderen unten auch ein Typ? Ich glaube, das fing mit der Frau an, oder? Unterschiede. Oh. War das hier... War der Gong genauso? Das sieht nämlich gerade aus nach voll dem bösen Körpers. Das könnte sein, ne? Dass das anders war beim anderen. Also ja, ich höre auf zu labern. Ich wollte mich nur mal ein bisschen umsehen. Vielleicht gibt es ja hier Unterschiede. Ja, ich will den Turm auch gar nicht verlassen. Wenn du nur dem Licht nachjagst, erweitert sich dein Horizont nie. Meine Attacken lassen Licht und Dunkelheit eins werden. Das wird auch auf dich abfärben. Wie willst du das machen? Wir sind nicht bei Yu-Gi-Oh! Du kannst nicht einfach Licht-Pokémon benutzen. Es gibt keine Licht-Pokémon. Inwiefern ist es ein Solo-A-Licht und... Egal. Gong, Gong, Gatling. Du kennst das Spiel. Was? Wie anmaßend. Ich sollte mich weniger auf Licht und Dunkel konzentrieren. Du bist eine Inspiration. Wird dich beeindrucken. Du darfst dich auf die nächste Ebene begeben. Oh, wie großzügig der Herr. Ich stoße mir andauernd die Hand an dem Stück Holz, was hier liegt. Ich gucke mir gerade Fußböden an, weil kurz vor Umzug, weil die Gegend hier zum Kotzen ist. Und im Prinzip sieht hier alles aus, als hätte eine Bombe eingestangen. Das, was ihr hier seht, ist im Prinzip so der einzige Ausschnitt im ganzen Gebiet, der nicht komplett zugemüllt aussieht. Da ist so eine Lotus-Lampe, da sind ein paar... Ja, so japanische Papierwände mit so ein bisschen Holz dazwischen und lagert hier alles. Da ist ein Wasserfall. Da steht die Xenoblade Chronicles Collector's Edition. Übrigens wäre sich Xenoblade Chronicles hier, die die supertolle Edition kauft. Guckt mal hier auf den Preis. Ja. Mehr sollte man dafür nicht zahlen. Diese ganzen Spacken auf Ebay, die den Scheiß für 250 bis 150 und irgendwo dazwischen verkaufen, die die... Können alle mal wohin gehen. Und nie wieder kommen. Ich habe auch noch zwei Starlink-Pakete hier, die ich irgendwann mal machen muss, wenn ich umgezogen bin. Erst die Dunkelheit macht es möglich, auch den schwächsten Lichtstrahl wahrnehmen zu können. Ich werde dir zeigen, wie man die ultimative Kombination aus Licht und Dunkelheit entfesselt. Ey, ihr versucht ihn hier die ganze Zeit als Jüng-und-Jank-Krieger hier darzustellen, aber es gibt keine Lichtattacken. Oh, toll. Mittelstrahl oder was soll dabei das Licht sein? Zieh die Hose hoch, du Drecksvieh. Was toll ist, mit seinen Kampfattacken ist er den ganzen Turm überhaupt im Vorteil. Selbst mit meiner ultimativen Kombination aus Licht und Dunkelheit habe ich verloren. Das ist jetzt übrigens gerade die Überbrückungsfolge, während ich auf dem anderen Account haufenweise deiner Pilze sammle. Wirklich beeindruckend. Du darfst dich auf die nächste Ebene begeben. Darf ich das, ja? Wunderbar! Los, Hoden, komm her. Wir alle irren auf unserem Pfad durch die lichtlose Dunkelheit. Auch der Ausgang dieses Kampfes ist in einem tiefes Schwarz gehüllt. Aber genau das macht es ja so spannend. Spannend! Mhm. Ja, stimmt, ich habe dir ja voll die Landschaft gezeigt. Du bist ja jetzt richtig krass, mein Freund, wie ich weiß. Ich glaube, mir wird schwarz verhauen. Wirklich beeindruckend. Du darfst dich auf die nächste Ebene begeben. Okay. Zuvor aber, meine Bonding-Momente mit der Kuma waren ja richtig geil, waren die ja. Was hatten wir denn da zum Beispiel? Wir hatten... Guck dir das an hier. Bonding bei Sandsturm. Wir hatten Bonding bei Regen. Wir hatten Bonding in einer dunklen Höhle. Das waren bisher drei richtig gute Aussichten. Und wir hatten Bonding am Strand bei Sonnenschein. Das war das Einzige, was wirklich einigermaßen funktioniert hat von der Atmung her. Und danach haben wir da hinten das Ding kaputt gemacht. Das war lustig. Wo war ich gerade? Ah ja, genau. Ich habe Tenshinhan besiegt. Der kommt als nächstes. Aus auslaufenden Schiffen ein günstiger Wind ist, zerschwert einlaufenden Schiffen die Rückkehr. Licht und Dunkelheit liegen oft nahe beieinander. Schaffst du es, aus beiden das Beste zu ziehen? Ich vermisse so ein bisschen die coole Musik hier drin. Aber das habe ich schon mal gesehen. Oh, Sir Crocodile. Hi. Jetzt kommen wir wirklich zu den Ganoven hier. War doch kein Mann. Habe ich bis heute nicht verstanden. Aber okay. Wird schon irgendwie Sinn ergeben, ne? Power Punch. Schutzeschild aktiviert. Na, tolle Kacke. Na, warte. Ich werde dich vernichten. Das war jetzt vielleicht ein bisschen doof, weil sein Schutzschild kann er jetzt gerade nicht einsetzen. Ich meine, jetzt schlägt er fehl, aber egal. Okay, er hat doch getroffen. Der Power Punch kann auch treffen. Die ist es offenbar gelungen, aus beiden das Allerbeste herauszuholen. Wirklich beeindruckend. Du darfst dich auf die nächste Ebene begeben. Dort wirst du bereits von jemandem erwartet. Okay, Mausi, dann gehe ich mal vor. Wer könnte es sein? Oh nein. Wer hätte es gedacht? Das ist masterig. Na, Hoden, ob du das überlebst? Wir werden sehen. Bist du ein Basketballer oder was? Da bist du ja endlich. Ich dachte mir, dass du den Turm des Unlichts wählen würdest. Daher kam ich gleich hierher. Hut ab, Lugian und Takuma. Ihr habt saubere Arbeit geleistet. Doch euch steht noch ein abschließender Kampf bevor. Und zwar gegen mich. Zur Abwechslung werde ich meinen Gegner mal nicht mitsamt Handschuhen anfassen. Also zieh dich warm an. Fisch-Pokémon meiden einen allzu klaren Fluss, der nicht den Schutz der Dunkelheit bietet. Ich werde dir jetzt zeigen, was wirklich hinter den geheimen Künsten des Unlichts steckt. What? Hm, Teddy gegen... Hm, Teddy. Gegen dich bleibt nichts anderes übrig, als ernsthaft zu machen. Naja, so richtig ernsthaft, ernsthaft, ich weiß schon. Naja, wir entwickeln uns weiter. Ich hoffe, mich zuquatschen mit Zeug, dass ich schon viermal gelesen habe. Okay, Kumi. Ui, dann wäre ich noch mal voller für, wir machen mal Aero-Ass versetzten davon. Einfach mal so aus Spaß. Oden setzt Aero-Ass ein. Der Kampf ist noch nicht beendet. Sieh zu und staunen, Lugion. Das ist das wahre Potenzial von Takumas Fäusten. Komm, komm, Glocke. So, weg damit. Wenn der jetzt einen Aero-Ass gemacht hat und den Volltreffer wäre ich wieder dran gewesen, aber egal. What? Einfach überwältigen, wie schnell die jungen Leute sich weiterentwickeln. Unglaublich. Ihr zwei seid wahrhaft wie ein fantastisches Team. Und ich will immer noch, dass es eine Puff-Szene wird. Ja, ich weiß. Oh, wusstest du doch, dass ich mich auf dich verlassen kann, Lugion? Prächtig, prächtig. Wenn ich sehe, wie toll du Takuma trainiert hast, geht mir das Herz auf. Vor langer Zeit hat sich mein damals bester Schüler auch an diesem Training versucht. Sein Name war, äh, Delion. Leider hat ihm sein miserabler Orientierungs- in einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er hätte es nicht einmal bis zum Turm geschafft. Hahaha. So, jetzt wird's aber Zeit für Takumas Entwicklung. Zeig ihm doch bitte mal die Schriftrolle des Bösen. Okay. Beifuß, Viech. Viech. Du hast viel zu kurze Beine. Möchtest du, Takuma, die Schriftrolle des Bösen zeigen und bei ihm die Entwicklung auslösen? Hab ich denn eine andere Wahl? Ich denke nicht. zuajcie. Wie? Möchtest du, Takuma? Äh, Kumaa! Kumaa! Nanu, Hoden entwickelt sich. Glückwunsch, dein Hoden hat sich zu einem Wula ausentwickelt. Für Wulas wurde ein Eintrack im Pokédex angelegt. Wula aus, Kung-Fu-Pokémon-Typ-Kampf-Unlicht, Größe 1,9 Meter, Gewicht 105 Kilogramm, fokussierter Stil. Es ist darauf spezialisiert, Gegner mit nur einem Treffer zu bezwingen, indem es sich schlagartig anfällt und einen fokussierten Hieb austeilt. Der ist genau mein Kampfstil. Tot. Finstertreffer versuchte zu erlernen, dann zeig mir mal den Finstertreffer. Anwendet sich in den neuen Füllsinn fokussierten, harten Schlagmann mit Volltreffer-Garantie. Was werde ich denn dafür... Scheiß auf den Powerpunch. Kann er sich später wiederholen, wenn er meint. Eins, zwei, drei und schwupp. Hoden hat Powerpunch vergessen und Finstertreffer erlernt. Sehe und staune, vor dir steht Wula aus in all seiner Pracht. Eine unbeugsame Rüstung, an der selbst die härteste Klinge in zwei bricht. Er fokussiert das Stil des Bösen in seiner vollendeten Form. Sieht aus wie ein Digimon aus, hab ich dir schon mal gesagt, ne? Kaum zu glauben, dass es sich als kleiner Racker immer ängstlich hinter mir versteckt hat. Ah, was für eine Veränderung. Egal, wie viele Jahre man schon auf dem Buckel hat, ist doch immer wieder etwas Bewegendes, jemanden der Entwicklung so nahe wird zu verfolgen. Vielen Dank, Lugion und Wula aus. Huch, da hätte ich doch um ein Haar etwas Wichtiges vergessen. Hier für dich, das überreiche ich nur jenen, die gegen mich, äh, gegen mein wahres Ich gekämpft haben. Die Ligakarte von Masi. Okese, es wird Zeit zum Dojo zurückzukehren. Wula aus. Sein Talent gibt es nichts zu rütteln. Dann ist es wohl langsam an der Zeit, ernsthaft ernst zu machen. WUSA! Wula aus. Was? Ok. Er hat nur einen Schnupfen, mehr nicht. Von daher, meine Fegen. Ist doch schön, dann kann ich die anderen wieder ins Team zurückholen. Aber es ist schon spät genug, Nene. In einer Viertelstunde ist erst der neue Tag. Ich weiß, heute ist kein Mimigma-Tag, also können wir noch immer nicht mimigbar gucken. Also können wir schon nicht, aber ich habe ja eins dabei, aber... ...ist nicht das Gleiche. Also gut gemacht. Okay, dann speichere ich mal ab. Ja, komm, Mimigma. Noch cooler wäre es, wenn es mir hier drin folgen würde. Ich bin mir heute gerne. Das geht. Andere. Ich bin mir heute wieder.